so da bin ich wieder tschuldigung für die unterbrechung aber ich musste kurz was erledigen das letzte test geht doch schon ein bisschen länger als ich erwartet habe so fällen wir weiter pinienbäume in der hoffnung dass irgendwann mal ein loks dabei rumkommen ist leider schwierig zu erkennen aus welchen pinienbäumen ein loks rauskommen im augenblick haben wir nur pine saplings weil aus dem teil loks hier dürfte keine rauskommen der pine tree sieht komisch aus der hatte aber auch nichts ja die pine trees sehen ein bisschen anders aus die sind wahrscheinlich noch nicht ganz ausgewachsen bringen aber auch nur pine saplings wirken vielleicht kann ich nicht so nah an die bienen kolonie bienen stechen ja da war ein pein lockt ok das ist dann wahrscheinlich ein latsch peint wie genau so was so was dürfte pein lockt hoffentlich pein locks haben nein hat es nicht und ich habe meine axt mal wieder verloren erwähne bis dead points die gibt es auch das ist ja fast schon wirklich wie diablo diablo vitality auf jeden fall mal fünf punkte und dann würde ich texte steigern weil ich fernkampf irgendwie lieber habe als nahkampf und wir haben keine steine mehr kraft in materials du stones können wir ganz leicht herstellen ex so das sind zwei pein saplings rausgekommen also ich glaube das ist wirklich ein glücksspiel mehr oder weniger hier sind doch karotten nicht gern einsacken würde ja wir brauchen wieder eine hohe so hohe und den weizen da würde ich auch gern noch mitnehmen so also ja bis jetzt macht mir das spiel ziemlich viel fun auch wenn wir jetzt am anfang mit dem kupfer eine ziemliche durststrecke hinter uns hatten und die auch bald wieder hinter uns haben werden weil wir gleich demnächst wieder schocker beets da haben wir schocker ob es das wollte ich nicht wollte auf mein ding umswitchen schocker beets was ich noch gerne hätte wäre so was wie wegpunkte ich weiß muss nämlich jetzt dann nämlich gucken wo ich mein lager wieder finde aber ja das ist kein problem wird es beim nächsten mal dann mal aufzuschreiben man kann nämlich hier oben einfach rausklappen hier steht sogar wurde bein ding point ist wo die maus ist und wurde spieler ist so noch ein pein wenn nicht dann muss ich mir wirklich aus kamen locks aus den beiden erhaltenen bogen kraften fürs erste nein muss ich nicht ich habe genug für meine armen brust ich laufe doch nicht mit einem bogen rum so jetzt heißt es aber erstmal wieder zurück ins lager und ja das ist ganz schick das mir angezeigt wird wo mein bein ding point ist der ist nämlich genau da nein da drüben ist mein weg in den keller hier müsste mein bein ding point sein so die karotten sehen reif aus sagen wir die mal gleich ein und stellen neue karotten sammler sieht das erstmal schocker beets jetzt natürlich brauchen wir auch wir sollten was essen ganz dringend so karotten sammeln brauchen wir auch zwei neue mal so und dann müssen wir gucken kotten wächst langsam korn wächst auch dass wir wieder auf dem boden wechseln so das holz da mal weg machen und hier neue fackeln mal aufstellen auf den ground hätte ich die gerne so hier hier das letzte test wird langsam doch etwas länger als gedacht ich denke ich mache eineinhalb stunden letztes test erstmal oder ich wandel es gleich in ein let's play um so stone hole können wir hier die karotten abbauen und den weizen so äpfel einsammeln dann können wir hier das zeug neu anpflanzen so wir können wir haben keine stone hole mehr ja passiert wieder dann einmal stone hole so einmal korn so dann bauen wir hier zucker rüben an gut woodworking so jetzt hätte ich gerne einen so einen pine crossbow pine vent der macht magie schaden wahrscheinlich pine stuff stuffs are slow magic weapons fast range weapons slow ranged weapons machen aber nur mehr schaden so wir haben eine armbrust das heißt wir können jetzt schießen was ich sehr gut finde die hat aber auch eine haltbarkeit ja das heißt wir legen uns jetzt erstmal schlafen wir sollten vorher was essen natürlich äh karotten was können wir aus karotten herstellen nix weil das die falsche das falsche ding ist cold carrots vegetative soup bräuchten wir doch tomaten und potatoes die müssen wir erst finden also gibt es erstmal ein paar gekochte karotten zum mampfen und einmal schlafen so und dann wollen wir doch mal sehen ob wir nicht die nachbarn jetzt langsam los werden dort ist erstmal ein zombie so den scorpion leer können wir von hier aus beballern weg ist er und kriegen kupfermünzen raus wow du kannst schon mal hart zuschlagen aber wir können uns wehren so und das goblin tent können wir auch weg schießen so wow der skorpion da wow der hat magical essence gedroppt sehr schön das finde ich schon mal nett dass der was gedroppt hat für uns also erstmal haben wir ja wir haben magical essence etwas davon gesammelt ups so ja öffnen wir mal das und packen mal zeug weg also die magical essence brauchen wir nicht unbedingt wenn wir unterwegs sind das brauchen wir auch nicht glas auch nicht wir könnten uns jetzt daran machen kühe und so weiter zu grinden und an leder zu kommen wo ist mein leder leder working medium armor so könnten wir fewer sachen machen wobei das dann ziemlich teure sachen sind gut für bild medium armor dexterity light armor können wir sowas hier machen das macht int hoch ne ich würde sagen wir machen wirklich sachen aus leder geranium geranium ok da können wir nur durchschießen so müssen wir mal auf die home wechseln kriegen zwei geranium raus die können wir wahrscheinlich dann in der gardening bench hier genau zu potted geranium machen ja das ist aber etwas für später dann mal wir sollten schon mal auf unserem bogen wechseln so und am besten den kampf modus dass wir nicht ständig aus versehen blöcke abbauen patch of fury haben wir da und ein hasen so der macht noch mehr patch of fury so und hier hätten wir die bienen kolonie so so oh die hört einiges aus naja gut copper coins und honig tomaten plant oh sehr schön also jetzt da wir eine waffe haben können wir etwas sicherer uns die umgebung ansehen tomaten so wie viel fewer haben wir schon drei chicken ich weiß immer noch nicht wie man hühner zähmt versuch's mal einfach indem ich gras ihm anbiete nö klappt nicht sorry kumpel dann musst du leider sterben gibt egg und worm meat gut da haben wir cotton den können wir auch noch abbauen und hier hätten wir theoretisch jede menge sand oh eine kuh sehr schön wir geben leder und oh wow heid lever patch of fury und leder leder ist noch besser sogar noch was besseres als ein patch of fury da hätten wir patch of fury und sugarbeats das patch of fury sammeln wir auf jeden fall ein ich glaube die tiere wenn wir sie nicht töten droppen ab und zu mal ihre ressourcen was irgendwie komisch ist obwohl patch of fury ist einfach ein bündel fell ich denke mal da hat der hase einfach sein fell loswerden wollen so gut das heißt es jetzt wohl das konnten hier nehmen wir noch mit so nehmen wir das kotten noch mit also bis jetzt gefällt mir das spiel sehr gut da hätten wir noch eine kuh noch ein hühnchen und ein paar karotten die nehmen wir auf jeden fall noch mit so so dann gucken wir mal wieder zu unserem basis lager ich muss auf jeden fall gucken ob wir die sehen hier zuschütten können ist zwar gut sehen in der nähe zu haben aber das kann ich gleich mal ausprobieren so also erst einmal hier in die kiste gucken ah das leder können wir da mal weglassen honig den tun wir auch mal da rein tomaten bauen wir irgendwann mal an ja locks habe ich viel zu viele saplings können auch erstmal weg also ja ich mach das erstmal alles nur in eine kiste was haben wir hier haut haut ist auch wieder was anderes so ordnen wir das ganze mal birkenlock brauche ich erstmal auch nicht eck auch nicht so aber ich möchte sugar machen so sugar und ich möchte etwas floor machen so und dann würde ich gerne mal versuchen apple pies eine apple pie zu backen oder am besten gleich zwei da habe ich nämlich was schönes zu essen so aus den dingern kann ich kebab machen soweit ich weiß so habe ich wieder was zu essen drin 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 drin